servus zusammen im heutigen video sehen wir uns an wie man für tribo das feld eine eigene mannschaft zusammenstellt das zusammenstellen einer mannschaft für das spiel ist denkbar einfach ich habe dafür ein paar figuren der piraten hier vorbereitet soll aber nur zur veranschaulichung dienen grundsätzlich funktioniert es ähnlich bis eigentlich komplett gleich bei allen mannschaften ihr braucht dafür eigentlich dann nur das regelbuch von frippo das feld 2 dort ist in einem eigenen kapitel beschrieben wie eine mannschaft angeheuert wird und ansonsten habt ihr noch für die neuere fraktion der schatten das explizite schatten buch hier dass ihr benötigt um zu wissen oder eine anleitung zu bekommen wie für die schatten eine mannschaft angeheuert wird ich würde sagen wir starten gleich mal los hier am beispiel der piraten und etwas später werde ich dann noch ein paar details zu den anderen mannschaften geben grundsätzlich eine sache die immer gleich ist ihr benötigt einen anführer das wäre jetzt da zum beispiel kapitän rosso mit dem beginnt das ganze also als erstes wählt ihr mal einen anführer aus dann als zweite auswahl benötigt man eigentlich immer ein gefolge das könnte jetzt im beispiel der piraten eben ein pirat sein hier diese figuren hier sind noch nicht teil der mannschaft so nur diese beiden figuren hier kapitän rosso und der pirat befinden sich aktuell in unserer mannschaft beim gefolge können wir dann so viele haben wie wir möchten als wir könnten auch zwei oder drei piraten haben können uns aber wie wir hier im beispiel dann später sehen werden auch für anderes gefolge entscheiden grundsätzlich was jetzt wichtig ist im nächsten schritt das anhören des piraten also eines gefolges hat uns jetzt zugriff auf spezialisten gegeben im fall der piraten steht beim anheuern die piraten dürfen 0 bis 1 spezialisten pro angeheuertem gefolgemitnehmer das gibt uns jetzt hier die möglichkeit im falle unserer beispiel mannschaft lieutenant grad als eine möglichkeit anzuheuern als unseren ersten spezialisten in der mannschaft da wir pro angeheuertem gefolge bei den piraten nur einen spezialisten mitnehmen dürfen müssen wir hier jetzt als nächste auswahl also als vierte figur in unserer mannschaft wieder ein gefolge anheuern wie gesagt vorhin haben wir oder hätten wir die möglichkeit hier auch einen zweiten piraten mitzunehmen wir werden aber um ein bisschen mehr abwechslung auch dabei zu haben uns einen kochilo einpacken das ist dann unser zweites gefolge für unsere mannschaft und aufgrund eben der vorhergesagten regelung bedeutet dass jetzt wieder wir dürfen wieder von unseren spezialisten eine auswahl mitnehmen so dass man eigentlich immer ein gleiches verhältnis hat gefolge und spezialisten was uns natürlich in die lage versetzt nie mehr spezialisten haben zu können bei den piraten als gefolge umgekehrt ist das natürlich möglich und wird auch meistens der fall sein und so würde das jetzt eben weitergehen als nächstes müssten wir wieder ein gefolge mitnehmen zum beispiel hier einen zweiten kochilo und dann einen weiteren spezialisten und dann muss man natürlich auch im zuge dessen darauf achten wie viele dublonen man spielen möchte weil diesen gesamtwert der dublonen kosten darf man natürlich nicht überschreiten in den meisten fällen wird es so 500 dublonen sein die die man spielen wird und da hat man jetzt in weiterer folge die möglichkeit wenn wir sagen wir haben hier jetzt als beispiel eine mannschaft mit sieben figuren acht figuren könnte man eventuell noch unterbringen eine achte figur bei den piraten dann müsste man hier jetzt wieder ein gefolge dazu nehmen ich habe hier jetzt noch eine direttore dazu gestellt hier diese figur gehört aktuell nicht zu unserer mannschaft die gebe ich mal weg und so würde jetzt unsere beispiel mannschaft für die piraten aussehen also wir haben ganz vorne als anführer kapitel rosso dann muss man als erstes wählen den anführer man kann auch nie mehr als einen anführer haben und danach die regelung bei den piraten wäre ein gefolge muss mindestens mitgenommen werden und je angeheuertem gefolge ein spezialist kann mitgenommen werden so sehen wir dann auf unsere mannschaft gekommen die wir jetzt sehen als letztes kam eben die tiratore dazu als vierte gefolgs frau und die würde uns jetzt die möglichkeit geben wenn wir noch genügend genügend dublonen frei hätten einen vierten spezialisten mitzunehmen wird sich aber auf 500 dublonen in den meisten fällen nicht ausgehen sondern die mannschaft so wie sie hier steht könnte könnte schon ganz gut aussehen in bezug auf die auswahlen und auch die anzahl der figuren für eine 500 dublonen mannschaft da man durch das reine anheuern von figuren meistens nicht auf die ganzen 500 dublonen kommt hat man dann noch weitere möglichkeiten eben in form dieser ausrüstungskarten hier die kann können einzelne erworben werden die haben auch dann einen dublonen wert die einfach auf die gesamtmannschaft mit aufgerechnet wird und so kann man seine mannschaft dann noch weiter individualisieren und auch bestmöglich die dublonen die man maximal spielt auch ausnutzen und es gibt jetzt noch die möglichkeit söldner mit einzupacken in die mannschaft man kann nicht nur söldner als einzelne mannschaft spielen sondern auch als teil einer anderen mannschaft wie zum beispiel hier der piraten dafür habe ich auch vorhin schon diese figur hier bereitgestellt das ist eine söldner figur und da gibt es auch regelungen pro mannschaft unterschiedlich zum teil und bei den piraten wäre es so dass man pro oder dass man insgesamt in seiner mannschaft bei den piraten 0 bis 2 söldner mitnehmen dürfte anstelle eines spezialisten in unserem beispiel hier unserer beispiel mannschaft bedeutet dies wir könnten einen unserer drei spezialisten hier austauschen gegen diese söldnerin und hätten noch immer eine legale piraten liste weil wir ja 0 bis 2 söldner mitnehmen dürfen man muss dabei natürlich wieder auf die zusammenstellungs regeln der mannschaft im allgemeinen denken bei den piraten bedeutet das pro gefolge dass man mitnimmt einen spezialisten also pro gefolge dass man mit nimmt könnte man auch einen söldner dann mitnehmen und davon maximal zwei stück da die piraten maximal zwei söldner einpacken dürften das ist so der generelle aufbau wie eine mannschaft im frühen wo das feld zusammengestellt wird es gibt dann noch kleine unterschiede zum beispiel können die amazonen nur 0 bis 1 söldner mitnehmen also nicht wie wir hier bei den piraten zwei mitnehmen können sondern eben nur eine figur einen söldner und das dürften auch nur weibliche figuren sein da bei den amazonen keine männlichen figuren mitgenommen werden oder angeheuert werden dürfen und so gibt es dann ein paar kleine unterschiede je nach fraktion hat man mal nur einen mal mehrere söldner die man anheuern kann anstelle eines normalen spezialisten für die fraktion ein kleiner ausreißer hierzu sind zum beispiel die bruderschaft die dürfen pro angeheuerten gefolge sogar zwei spezialisten mitnehmen also sind somit eine eher elite lastige fraktion jetzt um das ganze hier noch einmal auch darzustellen mit unseren piraten figuren würde das ganze so aussehen dass wir hier wieder mit einem anführer beginnen müssten danach einen gefolge und jetzt haben wir aber die möglichkeit bis zu zwei spezialisten mitzunehmen und nicht nur einen erst danach musst du als nächstes wieder ein gefolge mitgenommen werden und dann natürlich auch hier wieder die möglichkeit bis zu zwei spezialisten also wenn wir hier jetzt der nehmen könnten wir hier dann auch sagen wenn das eine beraten wenn das eine bruderschaft wäre wir haben hier ein zweites gefolge dann eine spezialistin und könnten hier jetzt auch eine söldnerin mit einpacken und erst jetzt wieder eine dritte gefolge figur also man sieht schon hier dass diese zusammenstellung von ein klein wenig anders aussieht und man sehr viel mehr möglichkeiten hat mit spezialisten bei der bruderschaft zu arbeiten und der nächste unterschied den es dann noch gibt sind dann die söldner selbst wie vorhin gesagt können die söldner ja auch als einzelne fraktion gespielt werden ich werde euch dazu auch hier jetzt einen spielbericht verlinken wo ich die söldner gespielt habe da kann man das ein bisschen sehen wie das mit den söldnern funktioniert generell ist bei den söldnern zu sagen die söldner starten auch mit einem anführer der als söldner hauptmann bezeichnet wird das ist auch auf der charakterkarte angegeben welche figuren als söldner hauptmänner agieren könnten bei der söldner mannschaft startet alles mit einem söldner hauptmann in diesem fall und man könnte dann beliebig viele söldner figuren einpacken da ist man dann nicht in irgendeiner weise behindert man kann hier so viele söldner dann mitnehmen und jetzt ausgehen unsere hier drei spezialisten der berater und die söldnerin wie ein altes söldner figuren dann könnte man das so mitnehmen denn die söldner als fraktion gesehen selbst haben kein eigenes gefolge sondern ist das sind so gesehen alles spezialisten und jetzt könnte man diese liste komplett in diesen spezialisten auffüllen und die restlichen übrig gebliebenen punkte dann wieder mit ausrüstungskarten voll machen und hätte eine legale liste für die söldner jetzt gibt es aber bei den söldner hauptmännern ein paar figuren die die sonderregel verstärkung haben und dort wird bei dieser regel mit angegeben welches gefolge aus anderen mannschaften sie anheuern dürften für ihre mannschaft wenn wir jetzt sagen groß sei ein beispiel hier als unser söldner hauptmann hätte die regel verstärkung kuchillos dann könnte man hier bei dieser mannschaft für zwei söldner spezialisten oder söldner figuren einen kuchillo anheuern das könnte zum beispiel hier jetzt für die ersten beiden ein kuchillos sein und dann noch einmal für die anderen beiden und so könnte man dann auch ein etwas andere liste bei den söldnern zusammenstellen und das ist eigentlich auch schon alles was es zu sagen gibt zum thema anheuern einer mannschaft für freebooters feld in der zweiten edition ich glaube es ist doch recht einfach wie das ganze funktioniert es gibt nur ein paar kleine unterschiede in bezug auf welche art von figuren man in welcher anzahl anheuern darf aber ansonsten ist das ganze recht einfach und geradlinig falls es irgendwelche fragen von eurer seite gibt dazu die ich vielleicht übersehen hätte oder wo er gerne mehr wissen würde jetzt natürlich gerne den kommentaren fragen ich versuche das ganze dann zu beantworten oder falls jemand anderes weiß kann es auch gerne beantworten und dann sehen wir uns im nächsten video bis dahin tschüss